Starker Mann. Ist der nicht heiß mit dem Pulli? So wie man eine Wassermelone schneidet. Ja, aber hör mir doch erstmal zu, was ich sagen will. Ich bin voll schissen. Das habe ich schon alles abbekommen. Die muss ich reinwerfen. Willkommen bei Trick Shots. Boah, ich bin mal hier. Help me. Wir waren alle so, please don't. Bitte haltet. Alter, viel sterben könnte man. Das ist nicht das, was ich dir beigebracht habe die letzten Jahre. Ne, ne? Neffer. Boah. Boah, Jungen. Das ist voll Stress. Wir müssen mal diesen Schuh wieder da hochwerfen. Ah. Bordelflip ist für Loser, Chairflip ist für The Real Guys. Erstmal geschafft. Boah. Boah. Wir bekommen schlecht Bälle gegen den Kopf. Besser. Hi. Du fahrst Longboard. Holzstäbchen Drähte brauchen wir. Wir brauchen Kartons. Ja, mach mal weiter. Okay. Das nehmen wir mit. Yay. Das sieht bestimmt voll cool aus, oder? Machen wir epische Musik jetzt. Boah. Hier ist auf jeden Fall ordentlich was drin. Was wollte ich schon immer noch mal? Neeeee. Hast du es weh, ne? Ne, ne, okay. So, also, sag mal. Das ist schmutzig. Hahaha. Was wird das hier, Marius? Liegt der Ball dann? Alter, Leute. Das ist der krasseste Shit. Was passiert ist eigentlich? Schaut mal. Ich hab hier so ne Konstruktion gebaut. Da liegt der Ball drin. Dann wird hier später ein Ball gegen liegen. Hier vorne. Und dann wird der Ball da runterfallen. Oh, es geht. Leute. Der erste Test. Es geht los. Von morgens, by the way. Von morgens, by the way, ja. Okay. Es hätte geklappt. Außer hier. Another day. Another challenge. Ja, Leute. Heute ist der Tag. Heute werden wir diese Kettenreaktion filmen. Und da es nur einen Menschen gibt, der das auf Kamera bringen kann. Und dann ist er hier. Straight out the career. Die Sache ist, wir konnten halt nicht an die Mauer abbauen. Das heißt, eigentlich schwebt dieses ganze Gerüst hier nur an der Mauer entlang. Weil das hier eine denkmalgeschützte Mauer ist. Das ist hier alles Zahnstocher-Feinarbeit. Die Henkel oben, weil sie mit der Pappe ein bisschen eingeklemmt wird. Da darf nie gucken bei Trick Shorts. Erste Regel. Zweite Regel. Du musst treffen. Ich bin ready. Daisy. Wie war der Dreh mit uns? Anstrengend, Scheiße und Verbrennungsgefahr gleich sehr hoch? Ja. Kommst du nochmal wieder oder nie wieder? Nie wieder. Okay. Hab ich mir schon gedacht. Oh, wir haben Licht. Finally. Boah, das sieht voll crazy aus. Oh, es geht los. 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 Und es verkackt. Doch nicht. Okay. Es funktioniert gar nichts. Ich kann da mal gucken. Ja. Ja. Bis in ein paar Stunden. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Don't hurt me. Oh, das ist voll cringe. No more. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Es kommt der gefallen. Leute, wir haben es geschafft. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Dankeschön am Bau. Das ist perfekt gefilmt. Perfekt geframt. Perfekt geframt. Alter, das hat jetzt gerade zwei Tage länger gedauert, als wir dachten eigentlich. Ups. Ups. Kettenreaktion immer, Leute. Das war's. Außer ihr wollt eine Kettenreaktion durchs ganze Haus, Leute. Was kannst du nicht sagen? Hab ich schon. Bei 5 Minuten hast du einen Likes. Aber wir kennen jetzt schon das ganze Haus. Leute, Alter. Was eine Spannung. Wow. Ja, wir haben es geschafft. Puh, puh, puh. Dankeschön an alle Leute, die ihr mitgemacht habt. Und wenn ihr dieses heftige Video noch nicht gesehen habt, natürlich, Leute. Schaut es euch an. Direkt mal saven. Wir müssen das saven, die Aufnahme. Abonnieren. Warte, ich muss vorne stehen. Warte, ich muss vorne stehen. Cooler Trick. Danke, Mann. Hab Jahre trainiert dafür. Ja, bei meinem Lehrer im Kloster. Wir wissen gar nicht, wie glücklich wir sind. Wir haben es ja einen Tag vorher noch versucht. Und es hat einfach gar nicht funktioniert. Deswegen, boah. Deswegen haben wir nochmal alles optimiert. Alles nochmal besser gemacht. Alles nochmal umgestellt. Am Anfang sah das Ding ja so aus. Im Nachhinein sah es jetzt so aus. Ja, Leute. Puh. Dreckszeug hier. Hallo.